Wer sich gerne eine Bevorratung an Lebensmitteln anlegt, hat bestimmt auch schon mal Karotten eingekocht. Ich habe hier für euch eine hoffentlich neue und sehr gesunde Art Karotten einzukochen. Es beginnt schon damit, dass ich Bio-Karotten verwendet habe. Bio-Karotten muss ich nicht schälen und wie jeder weiß, unter der Schale steckt das Gute vom Gemüse, eben das, was das Gemüse selber für sich auch benötigt, um sich gut zu ernähren. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt noch weitere Tipps und Tricks. Lasst euch überraschen. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kuckstum mit Kalle. Herzlich Willkommen! Damit es sich auch lohnt, habe ich gleich 3 Kilo Bio-Karotten eingekocht. Aber die Zutatenliste ist gar nicht so lang. 2 Kilo Bio-Karotten, 2 Esslöffel Salz, 2 Esslöffel Zucker, 1 Spritzer Bio-Zitronensaft und 100 Milliliter Ananassaft von eingelegten Ananasscheiben. Zunächst habe ich 2 Liter Wasser aufgesetzt. Da kommt jetzt ein Metallsieb drauf. Ihr könnt auch einen Dünsteinsatz verwenden. Die Karotten werden nicht geschält, sondern nur die Enden abgeschnitten. Und dann werden sie ganz gedünstet. Dünsten ist hier bei den Karotten die schonendere und gesündere Art, die Karotten vorzugaren. Wer Karotten schon einmal eingekocht hat, der weiß, dass sie vorher eigentlich vorgekocht werden. Das Vorkochen von Karotten dauert ca. 10 Minuten. Da wir unsere Karotten aber dünsten, benötigen diese jetzt doppelt so lange, also 20 Minuten. Während die Karotten beim Vorkochen ca. 70% der Vitamine verlieren, ist es beim Dünsten genau umgekehrt. Die Karotten behalten 70% der Vitamine und verlieren nur 30%. Genau nachzählen kann ich das natürlich nicht. Das sind Erfahrungswerte. Nebenbei bemerkt, 3 Kilo Bio-Karotten kann sich Otto und Normalverbraucher eigentlich kaum leisten. Ich bin nicht Otto, aber Normalverbraucher. Deswegen musste ich auf ein Angebot warten. Nun gab es dieses also und das Kilo hat 99 Cent gekostet. Da habe ich gleich die letzten 3 Kilo abgegriffen. Aber zurück zum Einkochen. Wie man hier sehen kann, habe ich die Karotten nach dem Dünsten in Eis kaltes Wasser gepackt, damit sie erstens schneller runterkühlen und zweitens ihre Farbe behalten. Während die ersten Karotten schon mal ein Eisbad nehmen, haben die nächsten Karotten Platz in dem Dünsteinsatz. Und wie man hier sehen kann, dieses Mal sind es unterschiedliche Größen. Kleiner Tipp, die großen nach unten, die kleinen nach oben, denn oben kommt weniger bzw. die Hitze später an. So ist der Garprozess also für Groß und Klein ungefähr der gleiche. Die ersten Karotten sind runtergekühlt und müssen jetzt Platz machen für die zweite Fuhre. Also ab damit in einer Schüssel, beiseite stellen und die nächsten dann abkühlen. Durch den Deckel auf dem Gemüse entweicht beim Dünsten kaum Dampf. Dieser kühlt ab, tropft zurück und nimmt etwas Geschmack und Farbe von den Karotten mit. Und genau das schütten wir nicht weg, sondern benutzen wir dann zum späteren Auffüllen der Gläser. An das Wasser, unserem späteren Sud für die Gläser, kommen jetzt noch zwei Esslöffel Salz, zwei Esslöffel Zucker und ein Spritzer Zitronensaft. Und wie soll es anders sein, das ist natürlich auch Bio-Zitronensaft. Und als ganz besondere Geschmacksvariante habe ich dann noch etwas Ananassaft dazu getan. Alles gut verrühren, damit Salz und Zucker sich auflösen, Deckel drauf und erstmal beiseite stellen. Als nächstes werden die Gläser mit kochendem Wasser ausgespült oder eben richtig ausgekocht. Um die sehr heißen Gläser zu entnehmen, empfehle ich so einen Glasheber. Während die Hitze in den Gläsern wirken kann, werden jetzt die Karotten geschnitten. Wie hier zu sehen, wende ich zwei verschiedene Methoden an. Die dickeren Karotten, die werden halbiert und dann geschnitten. So erhalte ich für die spätere Verwendung mundgerichtere Stücke. Jetzt werden die Karotten auch auf die Gläser verteilt. Dann kommt der heiße Sud drüber. Die Gläser werden dann mit den Deckeln verschlossen, richtig schön fest, damit nichts rauslaufen kann. Und dann werden sie eingekocht. Und zwar 30 Minuten bei 100 Grad. Und dann sind die Bio-Karotten auf schonender Art und Weise gut eingekocht. Viel Spaß beim Nachmachen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle. Das war's von mir.